wieder ein flugzeug über uns ja und da oben hocken uki uki's weil da kommt zeug vom baum runter die haben uns im blick big brother is watching you hat dein bot auch laktose nein ich bin mein bot nur nicht ja mein hirn ist ein bot verträgt bloß kein gluten hat mal für dich fertig gebaut ja nicht dass du noch drei wochen wartest ja damit wir dann auch bald in dein loch reinkönnen ja eindeutig zweideutig ich will dass wir in mein loch gehen ich habe fisch aus feuer geschmissen da hinten läuft wieder ja das war mein fücheln hallo sind sie mein zukünftiges all you can eat ja nein vielleicht ja komm schon ich bin ja noch am basteln ich bin das voll interessant du bastelst die ganze zeit schminder scheint die ganze zeit die bäume kapuzen macht und ich töte ich mache latten das mache ich produziere latten ja siehst du und ich kümmere mich darum dass es immer wieder fressen gibt nice obwohl ich am anfang gesagt habe ich will hier nicht bauen weil es kacke ist ja gut ich hätte es ja auch gemacht wo es jetzt nicht aber du machst das ganz toll ganz großer du machst das ganz toll ja wie ich war es doch geht es jetzt wo ist denn mein wagen ich glaube du hast gerade einen hasen und ein Stück holz abschlagen ich hab's auch immer quietschen hören oh nö echt jetzt ich weiß es nicht es hat gequietscht als der bomb umgefallen ist oh oh dann schon dann habe ich's kaninchen getötet könnte ich mir gerade sehr gut vorstellen ja also wenn das geht dann hast du gerade ein jackpot gemacht ich wollte es nicht umbringen war nicht meine arbeit geht gibt wieder fleisch ja toll ich wollte aber zwei rammler haben nicht eine ich kann mich auch in den käfig setzen aber du bist kein hase ja stimmt ich habe keine chance ich weiß von nichts fragt man es vorne und nicht stimmt wohl das rieh habe ich eigentlich auch getroffen auch was zu essen äh fisch liegt auf dem feuer wird kann reden kann aber nicht mehr hä ihr habt doch einen knall ja haben wir dankeschön ein rotes grün ja aber gummiboot na 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 kann das ein das so brenntes fleisch nichts bringt äh das zieht da wasser ab da müsste aber noch irgendwo fisch drauf liegen und ich weiß nur die freske hat alles was da ist ich mir nur kaum äh essen ich hab wieder gar nichts gebracht ich hab noch mal was draufgelegt ich brauche mehr wo die wo die wo die ist ja nicht so dass wir hier hungern wie hungern na hungern was wir hier nicht hungern wie nicht hungern so viele vögel wie ich hier immer wieder findet zum abschlachten das hat was gebracht also schnell essen wer hunger hat äh 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 ja da läuft wieder einer mit der tasche aber ich mein spiel so dunkel gestellt dass ich mich sehe bei hinten bei schminker laufen die jetzt sind oh hei da fliegen zählen also war euch geht verraten wieso mach dann es ruhig da Hey, oh, ich bin tot. Oh, der ist nicht cool. Ich habe abgesperrt. Oh, du kannst ihn wiederbeleben. Beleb ihn wieder. Schützt du mich? Ja, wie denn? Bin doch gleich... Ja, okay, ich komme. Ich bin auch noch halb. Scheiße, ich sterbe gleich, weil ich unter Wasser bin. Fuck, ich sehe halt einfach nichts. Scheiße. Also, wenn ihr mich aufhebt, wäre ich echt froh, ich hatte da so einen Fuß im Gesicht. Oh. Er lebt wieder, kannst wieder dahin gehen, wo du warst. Ja, ich war unter Wasser. Ich habe mich festgepackt. Es war so dunkel und so feuch, ich sehe nichts. Mein Bot tut das Wort B-I-M-B-O-R nicht erlauben, weil es eine Beleidigung der Twitch ist. Und deswegen kann ich nicht freigeben. Ich muss mich am Feuer wärmen. Ich hätte noch eins von den Leuten. Ja, wenn du ihn reinschmeißt, leuchtet er und stimmt. Der leuchtet er auch schon. Der leuchtet gerade den Panzer an. Du bist blutüberströmt, wasche dich. Jo, ich bin noch froh. Wo ist Homer, wenn du etwas zum Essen hast? Wir haben noch was zum Essen. Ich habe mal jetzt nicht, nachdem da die Leichen drinnen liegen. Jetzt warte ich. Oh, da schreit er nix. Was ist denn hier los? Den müsst ihr machen. Oh, ich habe nicht nachgedacht. Macht nix. Es ist nicht schlimm. Also, es wird ja eh nicht freigegeben dann. Ich sehe es halt, dass es geschrieben worden ist. Aber bei Twitch muss man da aufpassen. Raul, begatte mich. Raul. Kann man nicht aus dem Schädel oder so irgendwie was machen, wo man dann Wasser drin kochen kann? Äh, doch. Nee. Du brauchst den Topf und den finden wir bei einem Lager. Ja. Wobei, äh, ich hätte vorhin guckt. Das Lager weiß nicht, wo es ist. Direkt auf der anderen Seite geradeaus einfach nur, ist ein kleines Lager. Da war ich vorhin, aber ich habe nicht an den Kopf gedacht. Nee. Da war's. Was soll schon kurz passieren mit dem... Na, da kommt durch, komm halt. Warte, da war was zu essen. Ich habe aber noch mehr. Ich nehme auch was. Mhm. Da sind auch noch welche. Ja, ich weiß nicht. Da ist irgendjemand überall so Käfige verteilt. Ja, ich weiß. Er dolpert noch ganze Zeit drüber. Oh. 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 Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich komme zu euch. Ich sterbe. Ich habe Hunger. Es sind beide gerade aus. Da ist noch so ein Ogi-Ogi. Ich habe mir reden welche. Ich habe das Lager gefunden. Ich habe Freunde gefunden. Hilfe. Hilfe. Da ist noch einer. Hilfe. Oh. 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 Ach man, das nervt. Wir brauchen einen Zaun. Ich hab nen Topf. Ich auch. Ja, toll. Hier sind noch ganz viele Pfeile zum einsammeln. Ja, Pfeile habe ich alles voll, tatsächlich. Schmeckt aber raus? Ich kann nicht. Oh, ich hab nen giftigen Pilz gegessen. Das ich möchte. Da hinten bist du. Feuerwerk! Nehme ich. Jetzt wird's gut. Ich schweiß aber. Ich schweiß aber. Eine Leiche mitnehmen. Dann kann man die verbrennen, dann haben wir wieder ein paar. Boah, war das knapp. Äh, wo lag denn der? Da. Dann muss man beim Video gerannt. Die Dämonen. Die Dämonen. Die Dämonen. Die Dämonen. Der Knopf. Oh, da knurrt wieder einer. Oh, schön. Ja. Da ist auch einer unten. Guckt mal. Den habe ich gefangen. Das ist Herbert. die sau weicht aus bist du denn leben zu regenerieren schlafen sobald ihr mir eine watscht bin ich nicht sofort ich wollte eigentlich noch irgendjemand rüstungen baut ich habe noch nie ein paar oder so die werden verbrannt und dann werden aus den knochen rüstungsteile hergestellt wie mache ich denn rüstung du brauchst du brauchst dreimal stoff sechs knochen und wäre stehe ich das aus ich habe nochmal zwei krachen ich habe jetzt ein ich müsste mir doch tausende von knochen schon besitzen so viele wie wir umgebracht haben ja aber ich habe die alle verballert weil ich immer daher kommst du klar so ich habe jetzt mal ein bisschen das ist ein bank geflogen echt war eine fläger maus ich kann ich gesehen also ich habe jetzt auf meine axt erstmal stoff hingemacht und dann habe ich noch zähne hingeklebt und jetzt habe ich es noch mit baumharz irgendwas gemacht da ist mein licht stein brauchen wir nicht kann weg so passt es auch so so ein paar vögel wären mal wieder ganz nett so spricht um den vögel geflogen kackfee ist abgehauen und seine falle springt auch nichts mehr rein weil hier keine bäume mehr sind glaube ich wenn wir ja keine ahnung was ich mit dem noch machen soll ja die über axt hier du 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 äh, wir könnten bauen, ich denke, der hat ja fleißig gesammelt äh, ich guck gleich, oh scheiße, ich muss ganz dringend muss da holen? mein Fleisch braten was? ich muss ganz dringend mein Fleisch braten ach so einer hat nämlich ganz böse Knast und ich war ein bisschen berühmlicher, den Satz ich würde auch was nehmen, ich habe halt viel Schaden gekriegt, ich weiß nicht, wie ich das ähm, wir können zum Flugzeug zurück und uns Pilchen holen ich wollte gerade sagen, Medizin hilft ja, wir müssen wirklich jetzt versuchen, auf die letzten Meter das irgendwie zu schaffen, dass wir jetzt an Medizin rankommen weil sonst ist Game Over, beim zweiten Mal, wenn du stirbst, dann bist du ja in irgendeiner Höhle ich habe Medizin ich habe drei Medizin nur noch ich habe gar nichts mehr ich habe jetzt noch, ich habe gerade eins genommen ich habe schon drei mittlerweile gefressen weil ich also, ich habe ja nie gekämpft ja, ich mehr als mir liebes ich habe die immer ignoriert und habe weitergebaut haben mir gedacht, ihr macht das schon toll haben wir ja auch irgendwie ja also, gehen wir jetzt spazial wäre das beste, wenn wir jetzt noch mal gucken wegen ja, eigentlich wegen allem aber steht denn hier die kleine Sackrate weg mit dem Toten ja, wir haben zwei Töpfe Hilfe! Hilfe! da kommen Uga Ugas ich wollte uns filmen besorgen ich wusste, wo es Flugzeug ist nö also ich weiß es nicht, aber ich weiß auch gerade nicht, wie ich den Topf voll mache und ich habe ich bin du musst eine seichte Stelle gehen trinken kannst du an so einer Stelle ich habe es gefunden ja, nimmt das Wasser unterm Busch läuft dann haben wir ja hier irgendwo Feuer, da oben wasser wird gekocht cool also falls jemand gleich Durst hat Wasser ist gleich fertig ja, ich habe auch gerade einen Topf voll gemacht ich kann sogar noch Aloe Vera reinmachen bin ins Wasser gefallen habt's gesehen ich bin drinnen vorbeigelaufen wir brauchen echt einen Zaun können wir das machen? jetzt beide Töpfe in einem wenn du da einen gerade mit reingestellt hast ja ich hätte gerne einen Zaun ok Stein oder Holz? sticky Zaun ich habe auch bei mir jetzt gerade Blumen reingemacht ich habe Aloe Vera reingemacht irgendwie alles drinnen ja, bei mir ist es also Stein oder sticky Zaun ähm weil der Muschiklaus kommt ja oh ich hab Steine ich guck mal was passiert, wenn ich jetzt trinke kann nur fünf Steine tragen kann ich glaub ich hab dein Topf ausgetrunken kann sein ja, da ist ein Topf kann auch nicht fertig sein ja, aber da ist irgendwie dein Topf hat irgendwie Aloe Vera drinne Ringelblümchen drinne naja gut wie gut naja hier ist Bär Süppchen als trinken aber hier kann jetzt irgendwie man trinken der jetzt was braucht ja ich brauch boah ich muss Steine sammeln das ist der hier Schminker musst du auch was trinken? nö ich hatte noch eine coke aber ja wir können von mir aus noch mal zum flieger irgendwie oder so habe nur keine ahnung wo der war ich glaubte auf der linken seite aber schokolade drin aber auch schokolade drin auch im kopf batterien ich mache immer ein bisschen mit auf reisen kleines dorf von denen ich gehe doch mal rein ich mache jetzt die tote muss kaputt scheinbar gibt es hier in dem haus nicht wirklich was haben wir gewöhnt sich aber daran dass man da ja man macht irgendwann aus reflex noch und meiner ist schon wieder außer atem kris sieht man nicht auch mal wieder hallo ich will anbauer drücken um die türe aufzunehmen dann schließe ich einfach mehr ab wie geht's dir chris benutzt hallo ich bin nur hier stimmt doch gar nicht die pfeife seit tag eins mit dabei genauso wie lebt auch sagt sagt seit tag eins wo ich stehe mit anliegen ich baue und im hintergrund läuft für die heroische musik bei mir wieso wollen wir machen doch du bist genau so wie war das mit kollum wurde das mit dem fisch getreibt hat den satz Gott, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist mein Wagen. Da. Oh toll. Welchen denn mit den Bratkartoffeln? Nee, mit dem Fisch. Der hat auch irgendwas mit Fisch und... Fisch und süß. Ja, irgendwie so. Ey, ich wollte gerade ein Blatt erschlagen. Ich bin so heldenhaft. Oh, und fappelt. Behalt die garstige Bratkartoffeln. So. So gut. Wo wir mit dem Flug umgebracht. Läuft. Der ist so gut. Da. So, ich hab wieder ein bisschen Essen am Start. Dann bin ich halt neu. Oder mit per Woll gewaschen. Sie gönnt uns halt einfach nicht, wenn wir neu sind. Was ist mit euch, ihr Unterhosen? Ich hab's vergessen. Oh, ich bin schon wieder auf den falschen Knopf gedrungen. Ich tapp immer raus. Achso, ich hab noch mal... Ich hab noch mal ein bisschen Fressen reingelegt. Ins Feuer. Ja. Ja, gut. Noch wird's nicht so weit, dass ich verhunger habe. Äh... Ist das ein Problem? Ja, ich mach mir selber einen Schminder-Schutz. Ich bin jetzt schon so oft reingefallen. In die Scheiße. Ich will nicht noch mal ins Feuchte rein. Also irgendwann hört der Spaß auf. Minka, erst mal was. Soll ich noch Fleisch auf... Ja. Eins klau ich mir auch. Jum, 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 jum. Ja, Magen ist wieder gut gefüllt. Ich bin jetzt wieder voll. Jo, ich meine auch. Sehr geil. Einmal Fisch auf den Tisch. Okay. Hoffen wir das nicht so gleich. Bleibt doch. Ich brauche eigentlich irgendwer von euch mal langsamer versichert Pfeile oder so. Oder Fehlern. Hä, hab ich noch nie benutzt Pfeile und Fehlern. Ich hab ihn da eingesammelt in dem Lager. Und Federn... Äh... Ja. Ich kann mit Bogen nicht umgehen. Kann das nicht. Ähm... Wenn man Harz und Federn drauf klebt... Ich bin schon wieder an der falschen Ding... Verdammte Scheiß aber auch. Aber ich habe ja schon alles mögliche in die Axt rein geklebt. Daher... Wie... Also ihr macht euch immer äh... Pfeil und Bogen dann oder was? Ich hab noch keinen Bogen. Ich nutze es ganz gerne, ja. Hm... Warum ist da noch ein... Hammer Symbol? Also ich kann... ein paar Federn abgeben. Ich glaub noch 2. Oh... Wie viele Steine brauchen wir da noch? Ah pui... Wow... 193? Äh... Gnom... Hier... Willst du mich ficken? Wann ist das wirklich? frischer fisch, frischer fisch. dass er hier so minimal der vogelkiller bin. Minimal? Du tötest die ganze Sippschaft von Tweety? Ja. So muss es doch sein, oder? Na ja. Greta wäre sauer. Was interessiert mich Greta? Weiß ich nicht. Seit Corona existiert die ja auch nicht mehr. Gute. Wurde wahrscheinlich mit dem Mästrogi zum Arzt gebracht. Was für die Butter. So viel Steine, ich will nicht. Ein ehrlicher Kommentar darf ich mir sparen. So spieg ich von Tutsch. Ja. Das ist glaube ich... Wir wollen unser Hobby behalten. Okay. Fiege Hobbit. Ja genau, lande du Kachvogel. Toll, er töte den nächsten Tweety. Von vier oder so. Oder fünf. Mörder. Es gibt wieder Fleisch. Voll gegen Wendkranz. Also, falls jemand Hunger hat, es liegt schon wieder was an Fisch. Och Shadow. Shadow klaut wieder vom Tisch. Bis ins Vogel rum. Hat mir vor allem geschlagen lassen. Er betet sich halt an. Steine sammeln. Vögel töten. Ist halt so alles ein Abwasch. Boah, ich bin mir jetzt kalt. Ich muss jetzt in dein Kunkzimmer. Wo ist denn dieses komische Ding zum Ziehen vor allem? Oh Scheiße, jetzt bin ich gegen den Bildschirm. Äh... Direkt unter dir. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Das ist ja ja Stockwerk eins. Da kommt ja noch eins. Hä? Ja, ich helfe mal ein bisschen beim Laufsteg. Ja. Weil ich mich ja nicht die ganze Zeit ins Wasser abkurzelt. Ja. Ich will lieber nach Baumstern. Wollte ja auch mal gucken, wo das Lied läuft. Ja. Die gehört so einfach. Ja. Wo ist denn der nächste? Ja. Wir haben doch zwei so Karren. Nee, einen. Ich hab den nur umfunktioniert für Steinchen. Der ist versteinig. Oh. Du hast den nur mal eingebaut, hab da gedacht. Nee. Okay. Du kannst das umstellen. Je nachdem, was du im Inventar hast, kannst du es auf Erdern umdrücken, was du raufhauen möchtest. Das geht aber immer nur eigentlich heute. Oh, das ist schon einen richtig langen Weg von A nach B. Von A nach B. Von A nach B. Nein. Ich soll musst du dann so laufen für Steine oder was? Steine ging auch hier direkt raus. Ich mach hier alles ein bisschen übersichtlich. Aber immer für vier Stück laufen. Das ist echt bescheuert. Dieses Haus. Ja gut. Ich nehm halt Steine und nehm gleich Baumstämme, damit die ich noch greifen kann nebenbei. Das geht sich halt an. Stimmt, da hab ich gar nicht dran wieder. Ja, Multifunktion und so. Ich bin eine Frau. Ja, eigentlich solltest du Multidorm. Ich bin eine andere Frau. Ach so. Ganz seltsame Frau. Oh, Scheiße. Ich bin ein gerüchtes Auto. Ja, rückwärts fahren und gleichzeitig das Auto kaputt machen zählt nicht. Ich kann nicht Auto fahren. Ja. Ich hab auch keinen Führerschein. Ich fahre wie eine begloppte, wie eine gesenkte Sau. ich krieg den appen nicht ich war halt so wie in gta ja so ähnlich war ich allerdings auch ich habe einen führerschein wird stand voll und seitdem ich mein auto habe wurde ich noch nicht ein einziges mal geblitzt zu schnell für den blitzer nein ich weiß einfach wo die blitzer stehen und dementsprechend bremse ich vorher weg ist halt das praktische in fratzen buch gibt es halt eine gruppe aus unserer ordschaft und die posten halt jeden tag oder blitzer steht fratzen buch facebook ich nutze noch facebook und ich habe dachte ich bin alt ich habe auch facebook ist das der einzige grund warum ich eigentlich bei fratzen buch drin ich nutze auch was bin ich jetzt noch mal keine auf jeden fall wissen wir jetzt die rolle wenn man mal trennen als simulator spielen was aber ich habe keine spinnenweben zwischen haxen reicht aber wenn du wie alte mottenkugeln riechst oder so ich bin vollartig meistens eigenartig weil man gewöhnt sich aber auch voll an die typen hallo ja ja und nur dass es ein bisschen was glästigt damit uns warum man nicht gleich das wasser fällt finde ich gut so eine gehhilfe wer fertig ist schminkern rollator an hallo die ganze zeit ich darf doch wohl bitten wartet ab wenn ihr richtig alt seid hängt euer sack am boden aber unser sack ist wenigstens von anfang an schon weiter unten hast du eine höpse der gleiche weg sieht also scheiße aus wenn deine genauso tief hängen wenn sie sich auf den brunnen alle ein high five geben können alle? man besitzt doch nur zwei ja aber du hast ja auch gerade gesagt eure säcke oder? ja siehst du? ja weil ihr zu zweit sind ich habe mal ein bisschen deinen garten besudelt oh toll dann sahen verteilt ja die teilt da jetzt auch mal was ich habe jetzt auch mal an dem boden und so wann regnet es denn in dem spiel keine ahnung irgendwie hat sie noch gar nicht geregnen können wir sind auch schlafen glaubt irgendwann muss man schlafen damit ja das machen wir bei der nacht jetzt dann ja wir haben einen vogel auf der Hand hab einen vogel auf dem grill oben wird das gleiche oder nö entscheidet euch ja mensch umbringen das wesen bringt alles kann die wahl natürlich ja nicht weil es spaß macht sondern lieber die als ich dass ich durchgehen so ein bisschen eigenschutz und nutzen es wird dunkel ja ich speichern und bin naja also später bin also wir müssen noch warten ich bin in der meter liegen wir sind warm und brüderlich doch warme brüder sind wir nicht diese kante läuft der mir einfach vor optik ich schlafe ich bringe noch mal eine stelle weg ich komme mit die zweite mal rauchen solange noch rum haben wir gebraucht noch eine halbe stunde vermute ich war der auto muss noch mal drauf drücken so jetzt werden wir warum alle stehen sie doch das ding ist kaputt ja das war so ein einmal also könnt ihr gleich mal irgendwo jetzt wieder hinzapfel sammeln neue steine naja ich würde das einmal ding da lassen das ist ja auch so lange wir noch nichts richtiges haben an betten und co wobei was kostet denn so ein bett dreh ein haufen re und ein haufen stick ist das ist scheiße riefel habe ich zwei kann ja mal gucken kein re und vier mal hause ach kann nickel du gehst nicht einmal in rammler ich glaube ich auch schon genug einmal kann nickel fehlt mir tatsächlich schlafen sie später gut frau beste bauern schminkern doch gehst du schon das 21 uhr 40 kann man das schon das bett gehen ja ok ich sag nichts mehr wenn man arbeiten muss könnte sein dass jemand ganz zufällig feuer kaputt gemacht hat das warst du oder nein vor allem ist es dass jemand ganz zufällig keine absicht war wohlgelegen zerstörung wo machen wir jetzt das lagefeuer hin wir können doch eigentlich einsatz und ein haus bauen ja meine ich ja ach schminkern schminkern macht schon gehen wie schön unser panzer wird voll Jetzt hier nicht irgendwo so ein Kanonien, warte ich sowas. Ja, wo soll der hin? Naja, entweder man ist müde oder es liegt eine Frau im Bett. Habt die Nacht kaum geschlafen gegen ein Ohr ins Bett und umfieh wieder raus. Ich hab mich nur hin und her geholt. Ja, wo soll der hin? Weg. Wer war denn? Der Halter weg. Alles. Warum? Steuer weg, oder wie? Oh, Mädels. Dann spielst du Einrichtung, ja? Ich nicht. Ich habe meinen anderen. Ich wollte eine Feuerstelle hinstellen. Aber die spielen jetzt. Ah, jetzt. Ah, B. Wer liegt dich rum? Wo ist vorne? Wo ist links? Ich glaube, du musst ihn drehen. Für was brauchen wir denn jetzt noch so viele Steine? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Irgendwie geht's mit dem Avatar nicht so gut. Meiner steht Hunger. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall irgendwie mal langsam irgendwo Feuer, weil... Und so. Ja. Ja. Ich geh Fisch holen. Ich hole mir Fisch. Ich hole mir Fisch. Das ist zwar ganz cool die Idee, aber ohne Feuer nix. Oh, das ist gar kein Fisch. Oh, das ist gar kein Fisch. Das ist Setan. Ja. Dori. Da ist die drunter, dass es noch Feuer ist. Aber da ist die drunter, dass es noch Feuer ist. Aber da ist die drunter. Dann hat da auch jetzt die Feuerstelle eigentlich Priorität, oder? Ja. Wir können auch draußen ein kleines Lagerfeuer hinmachen. Macht, glaube ich, erstmal Sinn als Überbrückung. Ja. Dann würde ich das hier wieder... Schaden ist wieder aus. Ja. Ja. Ich habe meine Axt angezündet und wollte dann eigentlich ausmachen. Und habe sie einmal geschwungen. Und... Ja. Kann sein, dass es ist. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Jetzt muss ich wieder Dreckwasser trinken. Das Feuer kaputt nicht. Nee, brauchst nicht. Warte kurz. Ich bin gerade dabei, Feuer zu bauen. Oh, ich komme nicht rein. Ah, ich bin schon wieder in Faser gefallen. Das ist quasi nicht mehr möglich. Ach so. Kannst du also nochmal Topf holen? Ja, auch schon. Bitte, Tarien. Ich brauche mich gerade nicht das Fleisch dazu zu legen, sich das dann als Suppe auf einmal geändert. Sei ja nicht so schlimm, oder? So gesehen nicht. Ich wäre sogar eine Vogel. Ich bin schon rot. Ich muss das trinken. Na ja, trinken muss man allerdings auch. Fietz. Fietz. Aus dem Panther trinken. Hat ja geregnet, ne? Eben. Ja. Ja, es ist immer noch feucht. Ich habe es danken. Ha! Vogelung gebracht. Ich habe schon mal mal läuft. Vogel! Alter, ich bin so bescheuert. Wieso? Ähm. Jetzt schwebt mein Top-Eis. Chaos, bist du hier? Mach mal ein Lebezeichen. Magst du mitspielen? Oder macht Computer noch Probleme? So, ich gehe jetzt weg vom Feuer. Haha, ich glaube, besser ist es bei dir. Boop! 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 Ich habe dreimal Fleisch draufgelegt. Für die, die Fleisch benötigen. Oh, nein! Da kommt einer. Boop, da kommt. Ich muss Fleisch sammeln. Ja, sammel den. ein menschen gleich rennt aber weg die so hat angst da macht sich im schluck hallo wie geht es dir Popo! Popo! Oh! Kleiner Kangenhäppchen, ein Aum auf dem Kopf. Dankeschön! Danke! Ähm, braucht noch jemand essen? Äh, grad nicht. Großenhunger, Kleinhunger? Gar kein Hunger? Ein Viertel. Na gut, ich kann das erreichen. Warte. Essen ist, äh, fertig. So schnell würd ich gern mal grillen, ohne Witz. Äh, schminkern, ich hab dir im Haupt einen Freund drin gelegt. Ah toll! Weißt du mal einsam bist irgendwie, die Tage. Ja, ich vergnüß mich mit dem. Ja, dachte ich mir deswegen. Ja, ich hab dann mal mit Spaß. Ja, mach die Tür bitte zu. Ja, halt ich gut. Ries am besten ab. Ja. Und ihr setzt euch Ohrenschutz auf. Brauche ich hoffentlich im Wald nicht. Du, eine Ahnung, wie lau ich werd. Weiß ich nicht. Ich würde ja sagen, das rausfinden, aber... Ich glaub, das gehört nicht so ganz hierher. Gib dir die Telewohnung, wo meine Nachbarn... Nee, ja nicht. Hä? Die könnte dich fragen, wo du wohnst. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Was bringt dir das? Ich weiß zumindest in welcher Ecke man müsste. Und dann muss ich nur sehr laut steckeln, daher. Ich glaub nicht. Na, das wird schwierig. Mein Haus existiert nicht. Ach. Ich hab nichts mehr gesehen. Beziehungsweise keine Ausdauer. Es liegt dreimal Fleisch auf dem Geräf. Viel Spaß. Weiche Weiß, die zwei dritten Vögel endlich mitnehmen. Brauche ich nicht. Ich hab das Gefühl, ich nehme hier zig Trilliarden Steine mit, aber die tauchen trotzdem hier ständig neu auf. Ja. Also Steine gibt's hier irgendwie unendlich. Ach, fick dich wegen zwei Steinchen. Ich kotze. Oh, geil. Danke. Jetzt bin ich befrieden. Und das ist schön. Das war das Beine Sammeln. Und ich kann da mal sagen, aber was ich ja die Kunstliege ausmachen. Funzel? Na, ich glaub immer noch mit dem Feuerdruck rum. Warum hab ich eigentlich Druckluftflaschen schon? Weil wir in dem Schiff waren. Ach, die gab's am Boot, ne? Ja. Also wir müssen echt mal Pilchen holen, weil so wird das nix. Jo. Ich schreibe. 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 Da schreit doch schon wieder irgendwo jemand. Hä? Ich seh's grad nicht. Werde ich angegriffen? Äh, ja. Bei dir steht jemand. Der ist aber noch ein Stückchen weg. Toll. War ich denn da? Toll. Ich geh in Zukunft ins Haus, wenn ich was mach. Scheiße. Ahhhh. Ein Wenig zu. Den Ersten habe ich das partiert. Ja auch. Gebe liverw Coalition um deinen Freund. Heine du GU passoupacke. Was ist los? gemacht ich weiß die erst mal im voran ins haus rein dann können wir so im haus verbrennen die habe ich mit einer kart verbrannt ja ich habe die zweite leiche ins haus geschmissen aber die ist irgendwie durch den boden durchgeglutscht nicht ja schon wieder ja dann liegt sie auf boden und messer ich mache den wagen voll mit steine dass man den dann hinschieben kann also sitzt doof na gut dann doch nicht im haus sammeln scheinbar können hinter dem haus da wo du gerade stehst du kannst ja aber auf den wagen sammeln dann passiert das nicht das ist jetzt nur gerade im haus passiert also naja aber wenn du so ein wagen ins haus baust und die datoren ablegst ach so gut oder man legt so einfach hinter dem haus ab und dann machen wir hier eine richtig schöne verbrennungsstätte hier hinten ins eck krematorien haus an meine türe ja aber das macht ja nichts da kann man ja auch hier hinten durch das wasser durchlaufen kann man sich gleich waschen machen kann das doch okay aber ich brauche langsam echt mal pilchen sind ja dann eben irgendwie kannst du musst du oben über das das tabletten genau ich bin also frei und hab noch kurz die knochen gesammelt ich versuche mir so an die jahre zeug zu besorgen so den kracht echt jetzt ja wo bist du ich suche aloe vera jetzt komm mal her komm mal ins haus ich hab doch medizin für dich das bild bei mir so umgestellt dass ich ein richtiges fensterbild habe streamst du auch gerade normalerweise gehen ich habe gemacht freunde oder einladung ja ich muss mal ganz kurz gucken wie war steam ich glaube das hat auch noch was damit zu tun ja ich gewaschen ich bin dreckig die ganze schmutzende totems werden feinde von deinem lager verscheuchen ja wir müssen der menschen vielleicht ich bin wieder ja du siehst anders aus oder weiß ich nicht dein charakter ist anders jetzt bist du cool wenn du stirbst dann kriegst du auch einen neuen charakter ja auch nicht toll ui toll ich mag das das hat der kraftische bett ja ich habe alle schon eingeschlafen bin ich euer einschlaf simulat ich wir von uns haben ist ich habe ich habe angeblich was um warum zum teil habe ich gerade drei von drei drei hasen für ich habe nicht einen hausen umgebracht Ich hätte nicht drüber gelaufen zufällig. Ja, scheinbar. Wir müssen gerade wieder mit Bäume auf sich schmissen und du hast ja einfach... Wir fehlen Sticky. Danke, Lebsche, fünf Bildstammchen. Hat du ein Sticky fürs Bett hinter dir? Jo. Nee, ich habe gerade alles reingestoppt, was ich hatte. Für meine Verlob, der Frau auch immer sie ist. Die Leiche ist aber... Toll, jetzt habe ich so viele Steine gesammelt und im Endeffekt die drei letzten waren es jetzt, oder was? Die Leiche hinten ist auch weg. Ich würde ja nicht schlecht befegen. Nein, ja, pass'n auf. Ja, das nervt, die Leiche ist gerade weg hinten. Wieso? Ähm... Wie sieht's aus, wenn's hell ist, dann ähm... Irgendwohin Pillen sammeln und so? Jo. Hoppala. Jo, kann man machen. Äh, wir brauchen noch Stickys und äh... Ich hab gerade zwei Steine geholt, damit ich das Bett sein kann. Äh, machen kann. Drei Steine brauchen wir aber auch. Aber was? Hm. Bett ist fertig. Warte, ich hab's gleich. Ich hab's... Na, zu zweit. Für... für was? Ich hab's...